Servus liebe Freunde der E-Mobilität. Schaut mal was ich da heute anhabe und da gibt's doch so ein schönes Bild. Model 3 Treffen, nein eigentlich ist es ein Elektroautotreffen, im Mai findet das statt. Kurzes Advertising hier also. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu, nach dem Intro mache ich gleich weiter. Hallo herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal, ein neues Video und ich will euch einladen. Kommt zum Model 3 Treffen, nein eigentlich ist es generell ein Elektroautotreffen und zwar das größte in Europa. 600 Plätze gibt es, Stellplätze für Autos, wie gesagt reine E-Autos, ihr dürft natürlich alle hinkommen, aber hinein könnt ihr nur mit einem E-Auto und nur wenn ihr ein Ticket habt, das bekommt ihr beim Timo Schad T&E Magazin, kennt ihr das? Sag ich noch was drüber. Da bekommt ihr das Ticket, ich gebe euch unten in die Videobeschreibung den Link zu der Seite, da könnt ihr euch, glaube ich 10 Euro oder so kostet das Ticket, ist nicht wirklich die Welt. Und da kommen ganz viele wichtige Leute, also ihr und ich und ein paar andere YouTuber wird sicher ein großer Spaß. Am 17. Mai von 10 bis 17 Uhr findet das statt. Gibt es einiges als Rahmenprogramm, was ich so gesehen habe, könnt ihr alles nachlesen. Mittlerweile auch auf Facebook gibt es Werbung überall und letztes Jahr war das ein großer Erfolg, wird dieses Jahr in Hilden sein und ja Hilden immer wieder ein Thema in der Elektroautoszene, das wisst ihr jetzt auch mit dem neuen Ladepark. Viele Tesla Palettencharger, dann kommen V3 Supercharger, anderes Thema. Der Nino vom Danzei Blog wisst ihr sicher alle, der berichtet sehr viel über diese Sachen. Also ich werde dort sein. Viele, viele andere YouTuber werden dort sein. Es ist initiiert, wie gesagt, vom T&E Magazin. Das hieß früher T-Magazin. Da hatte uns ein winziges Telekommunikationsunternehmen. Wie heißt das noch schnell? Fällt mir gerade nicht ein. Die hatten was dagegen. Egal. Wurde geändert. Wenn ihr was kauft bei mir, dann bekommt ihr übrigens dieses T&E Magazin einfach so mit hineingepackt. Das aktuelle, das ist jetzt die fünfte Ausgabe, ist sehr schön. Ich finde, das ist die schönste von allen Ausgaben, weil nämlich ich mal keinen Artikel geschrieben habe. Haha, nein, ich habe schon mal zweimal einen Artikel verfasst. Nein, da ganz vorne kommt eine ganz wichtige Werbung. Die fällt euch dann gleich auf. Der Timo ist ein ganz netter Kerl. Ich bin immer wieder in Kontakt mit ihm. Er ist sehr bemüht, dieses Magazin herauszugeben. Es gibt viele, die da was beitragen dazu. Und das ist jetzt so irgendwie die Abrundung. Das Treffen, dieses große E-Auto-Treffen, das T&E Magazin. Da geht es nicht nur um Tesla, aber es ist natürlich schon Tesla-lastig. Wenn ich das da so durchblättere, da geht es um Tesla. Tesla, ja Tesla Fahrsicherheitstraining. Und dann genau das Summit, wo auch der Bernd Donner war. Habe ich mit dem Bernd ja letztens drüber gesprochen. Aber es geht nicht nur um Tesla. Ja, auslösen des Akkus. Tesla kommt schon öfter vor, aber es geht generell um Elektromobilität. Cybertruck natürlich. Übrigens, ihr könnt euch dieses Magazin bestellen. Kostet auch gar nicht so viel. Das Magazin selbst ist gratis. Der Versand kostet ein bisschen was. Da ist noch was von Timo drinnen. E-Cannonball genau. Da kommt auch noch eine große Veranstaltung. E-Cannonball. Habt ihr auch schon sicher alle mitbekommen. Wird wahrscheinlich wieder ein bisschen größer und wieder ein bisschen spannender. Wäre nett mal teilzunehmen. Könnt ihr euch alle bewerben. Wenn ihr vor allem ausgefallene Autos habt. Hier der Hannes und die Petra Reiter. Die sind mit dem Tesla nach Norwegen gefahren. Die kenne ich persönlich. Da geht es um ein Peugeot E2008. Ich blätter das jetzt nur kurz durch. Der Stefan Dibera. Seltene Erden. Ewiges Thema. Wisst ihr. Sonnenstrom. Also nicht nur Tesla Themen. Gigafactory. Vier. Grünheide. Dauerbrenner zur Zeit. Ja echt ein schönes Magazin. 50 Seiten hat es. Leg ich euch echt ans Herz. Das könnt ihr dann irgendwann auch mal online lesen. Die älteren Ausgaben gibt es als PDF online. Das neue wie gesagt. Wenn ihr was kauft bei mir. Bekommt ihr das gratis dazu. Kommt zum Treffen. Sehen wir uns dann dort. Würde mich sehr freuen. In jedem Fall. Bis bald. Bis zum nächsten Video. Und Ciao. Bis bald. Vielen Dank.